willkommen zu einer neuen wochenanalyse des dax index mein name ist frank schuh von elliott waver live das wird das einzige video für heute sein da ich noch mitten im umzug stecke und mich nur notdürftig jetzt gerade eingerichtet habe es geht wieder gewohnt weiter voraussichtlich ab mittwoch vielleicht auch schon früher je nachdem wie ich vorankomme und nun müssen wir zunächst über die änderung sprechen die ich in meiner analyse vorgenommen hatte die welle 2 die ich jetzt aktuell hier auf dem letzten tief bei 11600 man kann es kaum lesen 67 muss es 97 jetzt liegt war zuvor bei einem rücklauf bei einem retracement von 61,8 prozent eingeplant das war der zu erwartende rücklauf aber 50 oder 54 prozent ist für eine 2 absolut ausreichend und wird sehr oft gemacht das heißt die 11000 und das waren glaube ich 370 vorher die sehe ich jetzt nicht mehr da der letzte anstieg seit diesem tief impulsiven charakter hat und nur fünfwellig zu rechnen ist insofern haben wir offenbar das tief im dax bereits gesehen die hier bereits eingezeichnete und angedeutete aufwärtsbewegung die wird nur unterbrochen werden von der welle 2 die noch mal einen großen rücklauf haben wird die schauen wir uns gleich genauer an und dann später von der welle 4 jetzt gehen wir in den vier stunden chart und schauen uns die welle 1 ein wenig genauer an hier haben wir in gelb die welle 1 jetzt muss ich einmal vorausschicken dass diese welle 1 bereits hier auf dem letzten hoch wo jetzt hier die welle 3 eingezeichnet ist bereits ihr ende gefunden haben kann wenn ich mir aber die interne wellenstruktur ansehe habe ich grund zur annahme dass er noch ein wenig kommt im moment habe ich sie eingezeichnet bei 14.682 punkten hier sind andere ausdehnungen möglich nach oben oder auch wie schon sagte dass hier beendet sein könnte ich vermute aber dass sie im bereich von 14.680 bis 14.700 hier ihr ende finden wird anschließend folgen wieder fallende kurse die habe ich jetzt hier in der welle 2 auch als retracement eingezeichnet eine welle 2 macht in der regel zwischen 50 prozent und 78,6 prozent ich habe jetzt hier die welle 2 zunächst mal leicht über 50 prozent eingezeichnet bei 13.200 punkten hier in diesem bereich zwischen 13.240 und 12.899 ist das wahrscheinlichste ende soweit also erstmal dazu der live stream der wird stattfinden den werde ich heute nacht in der vorbörse bereits einschalten der wird dann durchlaufen allerdings dort wo ich jetzt bin habe ich im moment nur eine wlan verbindung das heißt es kann passieren dass der stream bei youtube und auf discord instabiler läuft das muss ich dann zeigen es geht erst wieder in den nächsten tagen wie gewohnt hier bei mir weiter idealerweise können sie den live stream bei youtube schauen dort ist die qualität des bildes relativ gut aber dort werde ich so gut wie nichts kommentieren nur zwischendurch ganz wenig aber bei discord wenn sie auf den discord server kommen den link finden sie ebenfalls in der youtube beschreibung zum video dort werde ich sehr viel mehr sagen ich habe mir auch die zeit reserviert um trotz meines umzuges hier auch jetzt am montag also morgen zu den märkten noch einiges zu sagen um orientierung zu geben um unterstützung zu geben das wird dann bei discord stattfinden viele schauen bei youtube und hören bei discord weil man bei discord viel besser diskutieren kann dort habe dort spreche ich zum einen aber zum anderen kann auch jeder dort schreiben kann sich per audio zuschalten und sogar per video zuschalten das sind ganz andere und viel bessere möglichkeiten bis dahin soll es das erst mal gewesen sein hier zum dax index ein weiteres video wie ich schon ankündigte wird heute nicht folgen weil ich jetzt halt im moment sehr wenig zeit habe ich danke ihnen und wünsche ihnen einen sehr guten wochenstart und eine erfolgreiche trading woche mein name ist frank schuh von elliottweber live